33. Spieltag 7. April 2018 Der 1. FCM empfängt den Karlsruher SC und mit einem Sieg könnte man so einen riesigen Vorsprung auf Rang 4 aufbauen. Ich wusste zwar, dass das Spiel krass wird, aber ich hätte niemals gedacht, dass es so krass wird. Und ich hatte noch nie in meinem Leben so eine wahnsinnige Gänsehaut. Ich bin der Stadte, ich bin der 2! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020